Ja, wir sind hier, weil ich meinen Bootsförderschein machen will. Hi, Erik. Johannes. Grüß dich. Hi, Erik. Ja, wir haben heute Fahrstunde zusammen. Ja. Ja, also es war eigentlich so, dass mein Vater hat auch einen Bootsförderschein. Ja. Und mit dem bin ich öfters mal rausgefahren bei uns an der Donau. Oder halt auch auf Kroatien haben wir mal in Boote gemietet und so. Und das ist halt Trauma, wenn du da rumfahren kannst und so. Und da wollte ich dann natürlich auch einen Bootsförderschein machen. Wir wollten uns eigentlich einen Regentag aussuchen. Auf gar keinen Fall. Schön mit Wind, ne? Ja, ja. Aber da übt sich richtig gut, ne? Weil da hast du mal echt Wellengang, Wind, Strömung, drück dich weg. Das ist ja wie beim Fußball. Auf den Scheißplätzen lernst du das Fußball spinnen. Ja. Okay, Erik. Auf los geht's los, ja? Ich erklär dir jetzt das Bötchen. Du musst ja eigentlich erst mal wissen, wie die Schraube sich dreht, oder? Ja. Das Geile ist ja, das brauchst du überhaupt nicht wissen. Nicht? Ich finde es immer eine coole Angelegenheit, mit dem Boot rauszufahren. Es ist einfach ein cooles Gefühl, was man da hat. Man fühlt sich frei. Okay, fahren wir mal los. Das lernst du alles gleich während der Fahrt. Eine Hand immer ins Steuer. Wir ändern unseren Kurs, wir fahren mal wieder Richtung unseren Hafen, ja? So. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Gas auf den Hafen, ja? Okay, fahr mal. Kommando übernehmen, Verantwortung übernehmen. Man ist hier der Kapitän, man betreut das Boot. Man hat die Verantwortung über die ganze Crew. So wie auf dem Fußballfels, ne? Der Kapitän, der ist hier der Chef der Mannschaft in dem Sinne. Erstmal, der versucht die Mannschaft zusammenzuhalten. Der beste Kapitän ist nur so gut wie seine Crew, ne? Auch auf dem Feld, ne? Jeder ist nur so gut wie sein Nebenmann. Wir kommen vom Grund nicht wirklich weg, ja? Erst wenn du jetzt mal richtig, mal ein bisschen mehr Gas gibst. Ja, ja. So, mehr gehen wir? Ja, warte. Ja, können wir gleich mal machen. Haben wir vor uns freie Fahrt. Ja, okay. Gib mal Gas. Jetzt haben wir Fahrt über Grund. Verstehst du? Was ist damit gemeint, ne? Der Kurs auf den Hafen liegt an. Okay, Kommandos kommt wieder von dir. Klar zum Anlängen, Steuerbordseite, Leinenpfänder, Wurzackenklammer. Ja, natürlich schafft er die Prüfung. Auch die Eigenschaften, die der Eric hier gezeigt hat, die bringen das einfach auch mit, dass er die Prüfung dann auch besteht. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Ja, du hast einen großen Theorieanteil, wo du schon viel lernen musst, auch mit der Navigation, mit den ganzen Kursen, die man dann berechnen muss in der Theorie. Also das ist schon nicht so, also nicht ohne. Und hier in der Praxis musst du halt auch dieses Anlegen, Ablegen und Mann-über-Bord-Manöver musst du können. Und im ersten Moment sieht das leicht aus, aber wenn man auf dem Boot sitzt, dann ist das schon nicht ohne. Oh, sorry. Alles gut. Aber da muss ich ja immer mehr den Rückwärtsgang geben, oder? Ja, hast du gemerkt. Ja, ja, nicht schlimm. Ja, Eric ist auch noch ein junger Spieler, das hat man auch gemerkt hier. Erst mal ein bisschen zurückhaltend. Erst mal so ein bisschen, ich gucke mir das mal an erstmal. Aber ich denke, das ist aber auch dem geschuldet, dass er hier die erste Fahrstunde hatte. Bei der nächsten Fahrstunde und so wie ich das jetzt auch mitkriege beim FC. Wenn der einmal ins Rollen kommt, dann rollt er das Feld aber auch richtig auf. Wir müssen endlich wieder Spiele gewinnen. Steffen Baumgart vor dieser Partie und im Grunde ist dem ja nichts mehr hinzuzufügen. Vergangene Saison ein 4 zu 1 Sieg. Die Spielzeit davor ein 3 zu 2 Sieg. Also, lasst uns doch einfach ein Triple draus machen. Den nächsten Auswärtssieg holen und los geht's. Kainz drops it in zu Schindlers Feet. Kann ihn zurücklegen auf Kainz. Flanke kommt an den zweiten Pfosten. Direkt ab. Aber Schabot und Tor und Tor. Aber abseits. Abseits fahren ist oben. Der Ball im Netz, aber was abseits oder nicht. Und wir sind jetzt locker schon in Minute 4 oder 5. Und auch immer erwartet der Hauptschiedsrichter hier auf dem Feld. Treffer zählt! Treffer zählt! Tor für den ersten FC Köln 1 zu 0! So fühlt sich das ein dort. Da ganz schnell ausgeführt und Martin hat die Chance. Martin! Tor! 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 Erich Martell! Erich Martell! Erich Martell kann zu feiern, für den Köln 2 Goals up! Kursgerecht aufgestoppt. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, der Traum von jedem Jungen, mal in der Bundesliga ein Tor zu schießen. Und ja, das habe ich schon gesagt. Da gehen halt die Emotionen mit einem durch. Und es ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Und dass Erich das Zeug zum Bundesligaspieler hat, das haben wir jetzt gesehen. Er muss es halt jedes Mal bestätigen. Und deswegen würde ich da gar nicht so viel reininterpretieren, welche Rolle er vielleicht spielt. Ich glaube, dafür ist er noch zu jung. Und ich würde da gar keinem irgendeine Rolle geben, bis auf dass er Gas geben soll und mit dem Herzen spielen soll. Und eine andere Rolle soll er erstmal gar nicht ausfüllen. Grundsätzlich ist das ein Spieler, der einfach auch wie die Faust auf das Auge zu unserer Spielidee passt, weil es ihm Spaß macht, griffig, unangenehm gegen den Ball zu sein, weil er da auch alles reinwirft, was er hat. Und weil er jetzt, finde ich, auch die letzten Wochen und Monate zusehends gelernt hat, dass er mutiger ist und einfach sich auch mit Ball mehr zutraut und mit Ball offensiver denkt, als es noch am Anfang der Fall war. Insofern finde ich beim Erik eine ganz ausgezeichnete Entwicklung, seit er jetzt hier ist. Und ich bin mir aber sicher, die wird noch weitergehen, weil ich kenne ihn ja schon sehr, sehr lange. Und er ist extrem ehrgeizig, er ist gleichzeitig extrem bodenständig und wird deshalb weitere Schritte nach vorne gehen. Der FC nach den ersten 45 Minuten plus 5 Minuten Nachspielzeit mit 2 zu 1 vorne. Mir fehlt eine Stolle, Bro. Er bleibt trotzdem clever, ne? Schwulebildung, Pflichtverlagerung, Kotsch, ne? Digga, was macht der, Alter? Ja, aber ich hebe ihn nur hoch. Ich hebe ihn nur hoch, Digga, und er macht ihn. Ja, aber er hat mich die ganze Zeit... Warum fällt ihr denn so hin? Ja, aber ihr habt recht, ja. Ich hebe dich, Dungs! Aber wir haben alles gebraucht, seit das, wer fällt oder nicht fällt. Wir brauchen keine gelben Karten wegen Ball wegschlagen und schon gar nicht wegen guter Bildung. Dann geben wir mal recht. Das wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, dass ich jetzt mehr spreche in der Kabine. Ja, aber ich denke, umso mehr Spielzeit man bekommt, umso mehr versucht man schon, da auch Führung zu übernehmen. Und ja, da denke ich, das kommt einfach mit den Spielen, dass man dann einfach versucht, auch dann mehr zu reden und der Mannschaft dann auch einfach mehr zu helfen. Okay, Jungs. Ich würde mal sagen, das war in der ersten Halbzeit mit allem, was zum Fußball gehört. Toll, Zweikämpfe. Oh, es wird vorne liegen, was ihr macht. Und das ist wichtig. Bleibt klar im Kopf. Bleibt sauber im Kopf. Bleibt im hohen Tempo. Und was vor allen Dingen ist, wir spielen auch für die Toren. Und jetzt Lovicic, der Pass. Das Meiner! Tor! 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 Little Meiner! 3-1! Haben wir noch ein bisschen Spaß, ne?